so ein mieser scheiß nicht echt hier ich glaube wenn man die würmer manuell steuert sammeln die stelle die firma sag ich schon die sammler das ist eine scheiße wirklich kann ich hier wieder abwarten ist nach moment nein einfach die spielgeschwindigkeit wieder voll wenn irgendwas kommt dann mache ich wieder so ich habe wenigstens zwei volle einheiten da reichen aber zwei die helfen die versuchen es aber die kriegen es nicht hin krass macht er denn jetzt hier lasst das die raketentürme machen weg damit die verdammte kacke ja der fährt nach hause okay ja klar ich habe kein geld mehr zum reparieren ignoriert der schallpanzer wenn der schießt alter da noch mal dann verkauf so ach du scheiße das ist nicht einfach freunde das ist absolut nicht einfach vor allem ohne geld boah ja natürlich jetzt steht der schallpanzer genau davor wo er am wenigsten bringt also der schallpanzer der muss weiter entfernt stehen damit da was bringt und mein nächster sammler ist fertig was jetzt schon wieder ein wurm da kommt der kam da ist jetzt schon wieder so ein saboteur hier ich habe es doch gesehen so der wurm bevor er mir wieder einen sammler wegnimmt fahr da mal rein und du bleib mal hier oben wo ist mein dritter sammler da ist mein dritter sammler so okay ha da ist der saboteur kannst du den mal platt machen da das problem ist halt auch hier ist keine kohle mehr für den herzog bereit commander jawohl sir konstruktion bereit so okay meine güte so kann man auch ein raketentürmchen hier bauen ja putz okay gut alter schwede mach den kaputt ja der explodiert wenn der stirbt das heißt der macht dann auch nochmal schaden also das ist schon krass ja okay dann habe ich doch kommt er da schon wieder so so verdammt nochmal naja also naja dann muss ich mich jetzt echt mal hier meine güte boah die mission ist echt schwer äh raketentürme kommt lasst mich jetzt nicht hängen hier ist noch ein deviator dabei so so boah ist das krass nur zwölf ja das geht ja der deviator kann ruhig auf meine gebäude schießen gebäude kann der nicht einnehmen zum glück so also ich muss echt wird gebaut wird gebaut ja sir boah boah das ist heftig hier das ist richtig heftig wird gebaut nochmal speichern ja ich habe kein geld spiel gespeichert und alle sammler fahren raus das wird jetzt eine harte Zeit das wird jetzt eine harte Zeit boah bestätigt Ende so ja das passt schon so komm weg damit Luftangriff sehr gut den habe ich schon mal in der Hinterhand ja sir oh weg damit so ich verlasse mich jetzt ganz auf die Raketentürme ey ja sir da irgendwo na der ist wieder weg okay alles klar gut es kommt Kohle rein Freunde es kommt Kohle rein sehr gut boah krasse Mission ja sir ja jawohl sir ja sir bereit Commander damit ihr das mal vernünftig aufteilt so okay da kommt wieder ein Trike an so weg damit sehr gut alles klar gut dann mache ich jetzt hier unten oh das ist ey das ist jetzt wirklich echt ja komm dann alter jetzt kommt der mit tausenden Belagerungswaffen hier oh man am Verkauf lauf mal hier hoch zieh die mal in die Raketendings rein Raketentürme oh Luftangriff mach die kaputt oh Gott nein 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 das darf nicht passieren so weg damit weg mit denen oh verdammt da muss ich jetzt echt meinen Luftangriff nutzen boah heilige Scheiße Freunde ey boah das ist krass zweimal haben die mir jetzt hier die kleine Waffenfabrik weggenommen alter Schwede aber da kommen zum Glück zwei Einheiten das ist gut das ist ganz schön heftig gerade ja zum Glück hatte ich da jetzt den Luftangriff weil ohne Luftangriff wäre das Ding kaputt gegangen so dann stell die mal dahin jetzt mal so zu wenig Geld ja ich weiß verdammt ich hab hier auch so wenig Kohle ne an Flugzeuge ist jetzt erstmal nicht zu denken leider aber an Erkundung ist zu denken ich muss die echt immer wieder upgraden das ist ja mal bescheuert aber erkunden kann ich ja mal da ist schon wieder so ein Scheiß wie schnell kommen die denn hintereinander so weg alles klar Gefahr gebannt so gut dann der mal hier alles klar Freunde ach ne Moment ich baue hier unten mal ne Verteidigung auf so wie sieht denn das aus Konstruktion bereit ja das passt doch schön hier ein Raketentümpchen ja sehr schön okay ein Manneken hab ich gebaut was okay auch nicht schlecht so gut dann oh man da ist zum Glück hier kommen immer wieder zum Glück die Quellen wutz genau so hier kann man sich vorarbeiten indem man die Sammler manuell steuert der ist zum Glück fertig das ist schon mal jetzt mal sehr gut oh hier ist viel Kohle hier unten so ja das ist das ist egal das ist zum Glück egal jetzt so was hab ich jetzt hier gebaut warum keine Ah so wegen Energie okay ja ich brauch Energie Freunde ach Mensch Leute Leute immer diese Aufregung hier so alles klar dann die Sammler kommen rein das ist schon mal sehr gut das ist klar wenn die mich jetzt noch 5 Minuten in Ruhe lassen ich glaube dann puh da hab ich's erstmal geschafft ich bin aber schon 40 Minuten am am spielen ey ja das ist egal da kommt noch einer aber hier hab ich jetzt auch einen Raketenturm stehen für den Herzog wird gebaut ihre Befäder die Erste ja dreist ey dreist dann weitere Raketentürme jetzt hier ich hab keinen Bock mehr auf die Kacke so so ach du Kacke holy shit das ist heftig boah ey das ist heftig alter Schwede alter mit wie vielen Panzern so ich hab doch keine Kohle dafür Mensch so der ist schon mal weg ah verdammt lock die mal hier hoch lock die mal hier hoch ah verdammt unser Stützpunkt wird angegriffen ja uff toll das ist jetzt echt super nochmal jetzt kommt da noch so ein scheiß Saboteur toll Gebäude verloben für den Herzog so verdammt jetzt kommt der auch noch alter Schwede einheit verloren unser Stützpunkt wird angegriffen was was ist das Freunde oh ich muss mich grad mal echt mal konzentrieren hier pfff das muss ich leider laden es tut mir leid Freunde tut mir leid wenn ich grad ein bisschen super toll das ist schon wieder so weit weg Freunde ich hab doch gerade angefangen mich hier wohl zu fühlen ja Sir bestätigt Ende bereit Commander jawohl Sir haha perfekt getroffen so Luftangriff alles klar das war die Stelle ja was baue ich denn hier gerade das ist eine heftige krasse Mission wo ich echt aufpassen muss dass ich keinen Sammler verliere verdammt so da muss ich halt danach hier unten direkt abriegeln so äh man 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 ich weiß grad nicht was ich sagen soll ich komm hier nicht richtig zum Spiel da kommt er jetzt macht er mir meine Belagerungseinheit platt danke du Penner so jetzt hab ich nichts mehr gegen Manneken da unten keine Kohle was soll denn dat so verdammt noch mal meine Güte ey oh Gott das will ey Ihre Befehle Konstruktion bereit bereit Kommander ja toll danke jetzt kann ich wieder den Luftangriff setzen genau dann setz den Luftangriff ich hoffe dass das jetzt reicht das ist weg okay ja genau fahr genau rein das ist sehr gut ey oh nein jetzt ist da noch einer übrig ach verdammt egal das passt schon so oh Gottes Willen ey oh Gottes Willen ist mir egal ich brauche unbedingt hier Türme hier unten oh Gottes Willen so das ist schon eine echt krasse Mission Raketenturm komm ich muss unbedingt da verteidigen da unten bevor ich mir immer wieder jetzt die kleine Mini-Panzer Werkstatt aufbaue muss ich da unbedingt erstmal oh Gottes Willen der kommt gleich mit so viel Geschiss an das ist unfassbar da brauche ich echt die drei Türme hier so zack nächste Turm ich brauche unbedingt jetzt nur Türme einfach einfach nur Türme so alles klar Freunde ja wie gesagt ich habe hier gerade so meine Mühe ähm scheiß äh Saboteur so weg damit nächste Turm sehr schön ja ich habe mir gerade meine Mühe mit der Mission wie ihr merkt äh man merkt es neigt sich dem Ende entgegen von den Atreides ja definitiv so aber wenn der Turm jetzt erstmal steht ich glaube dann habe ich erstmal mehr Ruhe hier so der muss nur fertig werden dann ist alles gut ja das passt das passt sehr schön Freunde sehr gut so dann haben wir hier erstmal Ruhe bereit sei denn er kommt wieder hier durchgefahren aber das geht eigentlich nicht so ja ich brauche eigentlich noch einen Panzer aber mach ich später so du fährst dann hier ah ne Moment du fährst hier auf die Spicequelle genau so ja alles klar gut Energie so jetzt habe ich hier sieben Türme stehen sieben verfickte Türme boah siebenvierzig Minuten und kein Standbein ey immer noch kein Standbein in der Mission na gut ich habe aber immerhin schon mal drei Sammlern so X-Forschungszentrum meine Güte so und währenddessen noch ein Panzer bitte ja da kommt er wieder ja das ist aber egal so die Raider sind erstmal egal einer ist leer einer ist voll sehr gut aha ja seht ihr jetzt habe ich hier lasst doch den Sammler in Ruhe bitte nicht ich habe keine Kohle für so einen neuen Sammler oh man boah Gott sei Dank Schwein gehabt ja so boah alles klar so weg weg ja das war es eben was mir da den die Mission gekostet hat weg damit so das muss ich jetzt hier verteidigen weg damit verdammt nochmal kommt ja mit so viel Scheiße an so boof weg damit sehr schön komm her block die mal hier rein oh sehr gut sehr gut Raketenturm nachbauen so so boah ach du Scheiße ey ich habe kein Geld ah super und da ist noch so ein scheiß Saboteur wieder wo ist der der will hier oben hin ne na gut dann lass es so ja dankeschön toll das ist der letzte Turm jetzt meine Güte warum habe ich denn keine Kohle mehr so jetzt oh Gott sei Dank da kommt noch ein Mäniken oh das war wieder so knapp dafür ja sehr schön dafür kriege ich jetzt Kohle rein sehr gut sehr gut Freunde das habe ich abgewehrt das ist schon mal Gold wert glaube ich das ist jetzt schon mal Gold wert es kann sein dass ich hier auch so ein bisschen die falsche Taktik fahre bei der Mission aber Freunde das muss sein so gut alles klar dann baue ich mal einen Shrike um mal hier mal zu erkunden weiter und währenddessen trinke ich erst mal Wasser also bis gleich so die Verteidigung steht wieder zwei Panzern mehr schon mal gut so hier können wir den Palast bauen gleich das werde ich auch direkt machen damit ich die Fräben kriege aber Freunde jetzt sammeln die wieder hier das ist so ärgerlich da könnt ihr sammeln wenn ich Flugzeuge habe fahr doch erst mal da rein Mensch das ist alles nur sehr weit weg mit der Kohle oh Gott so so du sammelst du sammelst bitte da alles klar Freunde so kommt die Werkstatt später hin ich baue jetzt erstmal nur die Platten so meine Güte ey ganz schön kräftig gewesen hier kommt der Palast hin so ein bisschen erkunden und jetzt einfach auf Geld warten für die Flugzeuge das ist erstmal das wichtigste Flugzeuge so okay Freunde meine Güte speichern da haben wir ein paar mobile Einheiten sehr gut Luftangriff ist fertig dann kann der Gegner kommen so upgrade da das mache ich später ich brauche jetzt erstmal hier 953 ja sehr schön so da kommt er wieder da ist auch wieder ein Saboteur so mach den Saboteur platt was macht wo ist der Saboteur verdammt ja verdammt da ist er mach den liegt platt sehr schön gut alles klar das haben wir verteidigt nein geh da sammeln so ach Gott Freunde sammeln schneller oh Gott das will ne so okay gehst du da rein ich sammle jetzt einfach Kohle für Flugzeuge wie gesagt die brauche ich jetzt nach und nach noch eine Minute naja komm wir nicken ist egal unser Stützpunkt wird angegriffen so da kommt mein erstes Flugzeug schon mal geil schon mal geil so sehr gut dann ein Raumhafen 857 kaufen so es wird es wird Freunde es wird was du denn so es wird so ja Schatz komm zack wenigstens jetzt mal ein Flugzeug wenigstens mal eins sehr schön Freunde oh Gott bin ich happy nach fast einer Stunde spielen wird das jetzt endlich mal was mit der Vision hier ja das ist so heftig okay da kann ich gleich auch sogar schon mal dran denken Schallpanzer zu bauen ja und es reicht noch sehr gut ich brauche noch Energien ja was ne ok sehr gut poah nach 54 Minuten kann ich mal sagen dass das hier so allmählich ein Standbein ist und da ist schon der gegnerische Sache ok sehr schön da kommt mein Flieger aber wartet wartet mal ja nehme ich so drittes Flugzeug zack jetzt geht's aufwärts Freunde jetzt geht das aufwärts jetzt geht das aufwärts so alles klar jetzt kann er ruhig kommen jetzt ist kein Problem mehr fast wofern da muss ich echt den Luftangriff zur Verteidigung einsetzen das ist schon krass ja so weg zack alles klar ja die sammle die qualmen alle aber ist egal so was kommt jetzt da ok ich hab mobile Verteidigung Junge das kannst du mal schön vergessen ja die bringen zum Glück nicht so viel ja ist ok so dann da kann man einfach ausweichen oh da ist wieder ein ja sehr schön so weg damit oh Gottes Willen drauf da drauf da boah sehr schön ok da hab ich erst mein drittes Flugzeug Palast ja ich baue den Palast schon mal weil Freunde das sollte schon so passen mit den Einheiten ich werde aber trotzdem schon mal äh einen Schallpanzer bauen noch so weil der schickt ja zum Glück meistens nur äh Mini Einheiten so wird so wie dat da aber ja das das passt schon so zack so direkt weg oh man diese Raketenpanzer die nerven die brauchen aber auch nur drei Schüsse sind angegriffen unser Stützpunkt das ist zum Glück nur okay oh da ist ein Dingspanzer Kampfpanzer sogar okay weg damit sehr schön ach du Kacke ach du na toll jetzt dreht er sich falsch und das war's dann mit dem Sammler tschüss Sammler ach du Scheiße was war das na toll dankeschön na mach die Schallpanzer weg ich muss das erstmal verteidigen hier oh man Schieß doch mal auf ein Ziel und nicht mehr auf alle anderen verdammt der Deviator macht keinen Schaden also ja danke aber das ist erstmal hab ich nichts mobiles mehr hier doch den ja komm ach Leute das kann doch nicht wahr sein mit wie viel Geschiss kommt ihr denn hier an ja toll macht mir jetzt noch einen Sammlerplan oder was oh Leute oh Gott sei Dank oh Gott da ist ein Deviator weg da lockt ihn in die Türme rein nicht getroffen sehr gut Alter was das wird jetzt langsam echt ein bisschen viel das wird jetzt langsam echt ein bisschen viel Freunde das wird jetzt echt ein bisschen viel Ach Leute wo schießt er jetzt drauf auf den Raumhafen ja das war klar Toll wie eiskalt oh Mann ey Leute Leute verdammte Scheiße Energie nachbauen los wo sind denn die Fräben hier unten sind die Fräben alles klar hier haben wir jetzt die Fräben zur Verfügung Leute äh die werde ich definitiv brauchen hier bei dieser Mission hier sind die zehn acht die die